Jetzt kommt's noch ein Vergeser mit Flo und heute geht's mal um was anderes. Ich hab heute Morgen einen Schwammflug in meinem Zimmer entdeckt. Das ist das Zimmer, wo meine Ameisen drinstehen. Hier im Gemeinschaftsbecken oder auch hier an dem Fenster sind sehr, also waren sehr viele Ameisen, jetzt nicht mehr, aber waren. Und auf jeden Fall in einem Gemeinschaftsbecken sind die meisten gelandet, weil oben offen ist und bei den anderen Becken nicht. Zum Beispiel hier sieht man ein paar Ameisen im Gemeinschaftsbecken. Und ja, das war ein bisschen komisch heute. Und da sieht man nochmal die Camorodos-Arbeiterin, die hat richtig Spaß, denke ich nicht. Auf jeden Fall denke ich, das ist eine Lasius-Art. Ich hab keine Lasius-Liga mehr, oder insgesamt keine Lasius. Auf jeden Fall, den Deckel, der hier oben drauf ist, der ist von den Rufi-Babis, also der ist von den Rufi-Babis da hinten. Und ja. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Lasius-Art ihr vermutet, oder was ihr denkt, welche Ameisenart das ist. Ich werde da auch schon mal Bilder in den Ameisen-Discord reinschicken. Und ja. Das war's mit diesem komischen Video. Und auf jeden Fall. Ciao, Leute. Ciao, Leute.